Der kleine ICE und sein größter Fan. Etwas abseits des Hauptschienennetzes, zwischen großen, rauschenden Nadelbäumen und kleinen, raschelnden Büschen, stand ein quietschgelbes Baufahrzeug und legte fleißig Gleisstück an Gleisstück. Da kam ein ebenso gelber Vogel herangeflattert und beäugte sie interessiert. Verzeihen Sie meine Werteste, aber für einen Vogel pfeifen Sie ziemlich schief. Na, ich bin ja auch kein Vogel, sondern eine Schnellumbaumaschine. Das sind meine Absperrbalken, meine Hinweisschilder, meine Ersatzschienen, meine neuen Schienen, meine Schienen für später und meine Schienen für übermorgen. Tja-Tschip, viel zu tun, was? Mehr als ich Hände habe. Ich muss mich etwas sputen, damit die Strecke fertig wird, bevor der kleine ICE hier durchfährt. Aha, und wer ist das nun wieder? Sag bloß, du kennst den kleinen ICE nicht. Nee, gehört. Das ist so ein toller Zug. Er ist wahnsinnig schnell und sehr witzig. Liebt zu Kindern und er hat schon so viele Abenteuer erlebt. Ida IC interviewt ihn regelmäßig für ihren Podcast. Und von ihm gibt es auch Comics. Die kenne ich natürlich alle in- und auswendig. Aha. Was würde ich dafür geben, ihn nur ein einziges Mal auf einer seiner spannenden Reisen zu begleiten? Durch Wind und Wetter, durch Berg und Tal, durch Freizeitparks und große Schlösser. Ach, räum weiter, Summi. Hallo, ich würde hier mal kurz durchfahren. Beim großen Tarn, Franz, habe ich mich erschreckt. Das gelbe Baufahrzeug konnte es kaum fassen. Vor ihr stand der kleine ICE, lächelte freundlich und tippelte etwas ungeduldig mit einem Rad auf dem Gleis. Ihr großes Idol war plötzlich zum Greifen nah. K-K-Kleiner ICE, du hier jetzt? Äh, ja, so steht es im Fahrplan. Und du bist? Ich, wer ich bin, ich bin dein allergrößter Fan und Vorsitzender des internationalen Kleiner ICE-Fanclubs. Ich habe alle deine Abenteuer gelesen und gehört. Immer und immer wieder. Oh, äh, cool. Immer und immer wieder. Jetzt, wo du wirklich hier bist, müssen wir unbedingt ein Selfie machen. Das glaubt mir ja sonst keine Bahn. Ich kann's kaum glauben und ich bin live dabei. Hm, Tirelli. Okay, okay, okay. Vielleicht sollte ich mich erst mal vorstellen. Ich bin die Summ. Also eigentlich Simsalasum. Mhm. Summ steht nämlich für Schnell Umbaumaschine. Okay. Aber meine Freundin nennt mich nur Summi. Oder einfach, hey, du da. Also, hat mich gefreut, Summi. Aber, äh, ich muss weg. Also, äh, ich muss weiterfahren. Du, du musst schon wieder fahren? Ja, ich, äh, muss weiter nach Leipzig. Es war wirklich interessant, dich kennenzulernen. Aber was ist denn mit dem Selfie? Überfordert von Summis Persönlichkeit suchte der kleine ICE schleunigst das Weite. Dadurch verpasste er allerdings eine wichtige Meldung seines Zielbahnhofs. Hallo Summi. Hier spricht Leipzig. Ich habe eine wichtige Meldung für den kleinen ICE. Der ist leider schon weg. Geflüchtet ist er. Hm, sollte ich auch mal. Wir haben gerade eine Unwetterwarnung für seine Strecke reinbekommen. Da braut sich ein großer Sturm zusammen. Ein Sturm? Oh, ich muss ihn warnen, bevor es zu spät ist. Kurz darauf spürte der kleine ICE schon die ersten Regentropfen auf seinem Dach. Die Wolken zogen zu und der Himmel wurde dunkel. Ein kühler Wind blies ihm entgegen. Es donnerte in der Ferne. Aus dem kleinen Plitsch-Platsch wurde schnell ein sturzbachartiger Regenfall. Der kleine ICE beeilte sich ins Trockene zu kommen, doch der Weg war ihm plötzlich versperrt. Wo vorher eine Eisenbahnbrücke über das kleine Bächlein eines malerischen Tals geführt hatte, war nur noch ein reißender Strom zu sehen. Die Brücke! Sie ist überschwemmt. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als umzukehren. Gerade als der kleine ICE rückwärts fahren wollte, grollte wieder Donner. Diesmal direkt über ihm. Wow! Der Blitz schlug in einem Baum ein, sodass dieser in der Mitte entzwei brach. Die große, schwere Baumkrone stürzte auf die Gleise und blockierte den Rückweg. Heilige Bimmelbahn! Der hätte mich fast erwischt. Aber was mache ich jetzt? Hinter mir, der umgestürzte Baum. Vor mir, der reißende Fluss. Sieht so aus, als wäre hier erstmal Endstation. Endstation? So wie in Endstation Klima, als du den Yeti in den Himalaya zurückgebracht hast und die Schienen vereist waren? Oder wie damals, als du das Geheimnis des Schwimmbadungeheuers ganz ohne Schwimmhilfe gelöst hast? Oder damals, als du mit einem Helikopter über dem Urwald abgesprungen bist, um außerirdische Wildtiebe daran zu helfen? Stopp! Das ist doch alles so gar nicht passiert. Aber was jetzt gerade wirklich passiert, ist, dass ich hier festsitze und nicht weiß, wie... wie... Moment! Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Die Schienen sind doch total blockiert. Ach so, ja. Ich habe einfach ein neues Gleis verlegt. Du hast was? Ist doch keine große Sache. Ich bin eben ein Schnellumbaufahrzeug. Summi, das ist ja großartig. Heißt das, du kannst hier und jetzt auch ein neues Gleis für mich legen? Ach, ich glaube, das ist gar nicht nötig. Aber, aber... Hier ein bisschen schrauben, da etwas kehren, diesen Baum hier. Huch! Dann komm, du Jahrhundertgewächs! Der kleine ICE staunte nicht schlecht, als seine neue Freundin somit den Streckenabschnitt im Windeseile auf Vordermann brachte. Und die Brücke hier, die nehmen wir als Stütze... Cool! Besen, Kirblech, Schraubstock, Schotter, Beton, Muffin... Mh! Am, nam, 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 nam! Tupfer! Fertig! Wahnsinn! Aus dem umgestürzten Baum hast du eine neue Brücke gezimmert und ein Vogelhäuschen. Und mit dem Flutwasser hast du einen Ententeich angelegt. Und da drüben ist das eine Lehmskulptur von mir? Ich hatte noch etwas Material übrig. Gefällt's dir? Ich liebe es. Und die Schienen sind auch wieder frei. Kann ich... Na klar. Los mit dir. Auf zu neuen Abenteuern. Der kleine ICE wollte schon mit Vollgas davonfahren, doch er zögerte. Er sah sich um und verstand. Er war bereits mitten in einem seiner Abenteuer und Summi war die Heldin der Geschichte. Hey, Summi? Ja? Ich weiß, du hast sehr viel zu tun und brauchst wahrscheinlich eine Verschnaufpause. Aber würdest du mich noch ein Stück begleiten, falls ich spontan in ein Helikopter steigen und in ein Urwald fliegen muss, wo es keine Gleise gibt? Was? Aber natürlich! Bleib cool, Summi. Bleib cool. Du bist doch schon cool. Die Wolken hatten sich verzogen und der Himmel strahlte wieder in schönstem Blau. Und so fuhren die beiden weiter bis nach Leipzig, wo die Bahnmitarbeiterin den kleinen ICE freudig begrüßte. Da bist du ja, kleiner ICE. Als wir von dem Unwetter hörten, hatte ich schon befürchtet, wir müssten die Reisegäste vertrösten. Aber du hast mal wieder den Tag gerettet. Danke, aber diesmal musste ich selbst gerettet werden. Das Lob gebührt allein, Summi. Noch nie von ihr gehört. Tschip, tschip! Dann wird's aber Zeit. Wer hätte das gedacht? Seid ihr vor mir angekommen? Dabei bin ich Luftlinie durch den Sturm geflogen. Ähm, wir können noch nicht losfahren. Was? Aber warum denn nicht? Hat dein Triebwerk Schaden genommen? Nein, nein. Alles gut. Ähm, liebe Fahrgäste, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Bevor wir losfahren können, muss ich Sie als Vorsitzender des Weltweltersten Summi-Fanclubs darum bitten, jetzt alle noch ein Selfie mit der Heldin des Tages zu machen. Simsalasum oder Summi für Ihre Freunde. Was? Was? Aber ich zuerst. Sonst glaubt mir ja keine Bahn, dass das alles wirklich passiert ist. Sag Schiene. Äh, Schiene? Und so wurde der weltweit erste Fanclub für Schnellumbaufahrzeuge gegründet. Aber das war erst der Anfang. Der kleine ICE und seine neue Freundin Simsalasum, pardon, Summi, würden danach noch viele weitere Abenteuer erleben. Und so wurde derartste Fanclub für Schnellumbaufahrzeuge gegründet.